Ich bin Herbert Fritsch, der Regisseur und Bühnenbildner von Zeppelin. Ich bin jetzt an der Schaubühne und mache hier, wie gesagt, Zeppelin. Der Zeppelin birgt so viele Möglichkeiten, da drin zu spielen, dass man erst mal gucken muss, was man von diesen Möglichkeiten nimmt. Also es ist sehr kompliziert, aber auch sehr unterhaltsam, die Arbeit. Also es ist ein bisschen wie Teppichknüpfen, wie man da so Muster reinkriegt in dieses Gestell da. Und es ist ein bisschen so ein Klettergerüst, aber es soll eben nicht einfach nur ein Klettergerüst sein. Und mal schauen, wie das wird. Also es bleibt spannend, die Arbeit. Ich habe eigentlich gar nicht daran gedacht, dass ich mal mit Horvath was mache, aber ich habe mal in jungen Jahren als Schauspieler, habe ich mal alles von Horvath gelesen. Und der hat mich damals schon sehr, sehr, sehr angerührt. Und ich habe immer gedacht, irgendwann mache ich mal was damit, aber das habe ich dann vergessen über so verschiedene Sachen, die ich in der Zeit gemacht habe. Und irgendwann hat mir Werner Engen das Buch gegeben vom Nachlass und dann dachte ich, interessant, das kannte ich noch nicht und so. Und das könnte man mal probieren, ja. Ja, ich muss sagen, also ich hatte ein bisschen Angst davor, vor dem Wechsel, weil ich mich halt an der Volksbühne schon sehr zu Hause gefühlt habe. Also ich finde das ein echtes Willkommen hier auch, also wie ich hier aufgenommen werde. Und das macht Freude und da hoffe ich, dass ich mit dieser Energie, die hier im Haus ist, die ich wahrnehme, dass mich zur Premiere trägt.